Ich habe gedacht, ich hätte schon gedrückt, scheiße. Wir haben einen Ranger dabei. Ich muss jetzt mit irgendjemandem zusammen an die Generatoren, also die Nilsleute. Findet mich und beschützt mich. Wir sollten auf jeden Fall nicht in zweier Teams das zu machen und weit auseinander. Ja, aber irgendwie saßen wir alle zusammen, dann kam direkt der Killer und das ist immer was. Wir müssen das zusammen machen. Ja, aber doch nicht alle vier zusammen, das ist doch... Nee, aber mindestens zwei. Ja, sag ich ja. Zwei, aber... Und am besten in gegengesetzte Richtung. Scheiße, ich bin in der Hütte direkt. Ich bin in seiner Hütte. Mit dem Käpt'n bin ich. So eine rote Hütte? Ja. Oh, oh, ich bin in der Nähe. Ich auch in der roten Hütte. So eine Scheune, oder? Ah, weißt du das? Hi, ja. Okay, ich höre hier irgendwie schon ganz komische Musik. Ich komme mal mit dir mit. Wisst ihr, welchen Killer wir haben? Er kommt. Das ist nicht die Antwort auf seine Frage, aber... Ja, geil, ich bin ihm direkt in die Dings gelaufen. Welcher Killer? Dieser Freddy... Nee, dieser andere. Michael Myers? Nein, der andere. Hey, da gibt's so viele, Schatz. Also... Keiner, egal. Der hat so eine Maske aufgehabt. So eine komische. Achso, den wir schon öfter hatten heute. Ja, er hat mich. Hier, dieser mit den Bärenfellen... äh, mit den Bären... Dingern. Nein! Scheiße! Lass mich hängen! Ah, Mann, ey. Das ist so für'n Arsch, ey. Einfach weitermachen. Mach erst mal den Scheiß-Generator, dann lass mich hier hängen. Der kreist hier rum, hat aber keine Bärenfalle. Doch, ähm... Nee, hat keine Bärenfalle aufgestellt. Ja, Bärenfalle ist auch der Arsch. Ach, Bären! Du hast gesagt, mit der... Ach, Bären! Mit der... Mit der... Mit der Bärenfalle. Du sagst immer, der ist einfach, wenn du in die Falle reintrittst, ist das scheiße. Ja, gut, aber so vom Charakter ist er einfach. Der hat nix zum... Also, er ist nicht mehr bei mir. Ich sehe, dass ihr alle die kleinen Generatoren macht, also, das heißt, er wird zu euch kommen gleich. Oh, ja, wo ist denn hier? Ja, ja, den hab ich ja zur Hälfte gemacht, wo der anderen kam. Er rettet mich, der Typ. Nein, er kauft immer in den Schrank, in dem ich bin, ey. Mann! Ich bin aufgehangen. Oh ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Geht in die andere Richtung. Oh, fuck! Komm, nimm! Mann! Der Link ist fast oben, auf der Welt. Wo bist du? Geh hinten. Warum, warum erwischt der immer mich? Warum geht der auf mich? Der Typ, der war direkt daneben, der war vor mir. Oh, das ist doch scheiße, ey. Oh, ich glaube, der kommt. Nee, der trägt ihn, der kann nicht kommen. Ich hab ihn aufgehangen. Ich hab ihn aufgehangen. Ich muss nur keine Fehler machen. Du wirst viel aufpassen. Was sagst du so leicht? Ich denke auch immer, ich bin dann richtig am drücken und dann bist du auf einmal so ein ganz kleines Stück da drüber oder drunter. Nein! Oh, ich bin aber schon durch. Hast du jetzt eine 25? Oh, oh, das ist hinter mir her. Nein, natürlich wieder hinter mir, ey. Jedes Mal werde ich als erstes. Nicht da, hier stehe ich. Also ich bin gleich da. Weg, 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 weg! Ja, noch zwei Generationen. Von der anderen Seite, komm von der anderen Seite. Lenk ihn ab. Ich bin halt tot. Er hat mich tot. Lenk ihn ab, weiße. Ich bin aus dem Blöden. Ich reagier da auch noch drauf. Ja, ich hatte ihn. Ja, ich bin jetzt tot. Ja, okay, du bist ja schon... Scheiße, ich hab mich dann schon mal Richtung Hakenring gehangen. Ich häng hier in der Nähe vom Lars. Ist der Kling da? Ich bin schon weg. Äh, ja, der rennt so ein bisschen in deine Richtung. Ist aber irgendwie... Ich hab den Typ aus seinem Beerenfalle befreit. Aber du bist schon weg. Ach so. Ja, ich bin weg. Der Killer ist aber auch bei ihr. Pass auf da, Nils, der ist bei ihr. Halt, ne, 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 der ist bei dem anderen. Ja, der hat den anderen gerade erwischt. Ach so. Ja, ja. Wenn Nils schnell ist... Du musst mich aber gleich heilen dann. Also gegenseitig machen. Komm, komm, ah, wo bist du? Nicht sprinten. Nicht sprinten. Er sieht dich. Ich weiß. Er hängt den gerade auf, den anderen. Ja. Komm dir entgegen. Wir gehen hinten in die Ecke. Aber der Weg... Wo bist du? Hier. Ganz in die Ecke von der Map einfach. Hier wieder hin. Okay, der hängt, der hängt hier hinten. Ne, da ist zu, ist offensichtlich. Hier hinter dem Stein. Aber da war... Alter, kann er durchgucken. Ja, aber hier hat er uns letztes Mal so... Ach so, du bist noch nicht da. Scheiße. Scheiße. Wie hängt der noch da? Oder ungemütlich? Ne, der hat noch genug Leben. Er bewegt sich auch nicht. Also über die Hälfte noch. Der Vogel ist... Ah ne, der sitzt schon da hinten. Aber da solltet ihr euch beeilen dann, ne? Ja, jetzt will er sich jetzt befreien. Ne, ne. Boah, der ist so durchgegangen. Ey, der Killer ist noch mal hier, weil ich höre ihn. Oh, ist hinter der Gameplayer hinterher. Oh wei. Naja, deswegen ist es hier auch gar nicht am Boden. Also der hat jetzt die Hälfte... Ist der denn jetzt noch da bei dir? Bei ihm? Ne, jetzt bei uns. Der kämpft jetzt. Jetzt kämpft er. Ich hab ihn eben gehört im Sound. Also ihr müsst ihn jetzt, wenn, dann müsst ihr ihn jetzt befreien. Ich bin doch aufm Weg zu ihm. Ich auch. Ich bin schon... Ja, wenn ihr beide hinrennt, ist das doof wegen dem... Oh scheiße, ich lenke den Killer ab. Ich lenke den Killer ab. Ja, aber ihr müsst euch beeilen. Also der eine ist gleich... Oh scheiße, der Killer hab ich gar nicht gesehen. Ah, fuck doch. Dann renne ich jetzt zu dem... Nein, wieso nehmt der das nicht? Scheiße! Diese seltennämische Kuh, die kriegt das nicht auf die Reihe. Und der spendet auch. Ja, das hat er jetzt gesehen, oder? Nicht? Scheiße! Oh ja, klar! Blödes Arschloch. Ich hab mich für euch geantwortet. Ist direkt an so'n... Ja, der geht rein... Ne? Ich weiß nicht, ob er reingeht. Jetzt geht er zum Keller, glaub ich. Ja, ich bin im Keller gleich. Also der macht gerade nen Generator. Also ich auch. Zylke ist aufgehangen. Weil ich den Killer nach oben? Der Killer geht nach oben und geht zu euch. Ah, ich muss kämpfen! Wieso muss ich schon kämpfen? Weil ich schon eben... Ja, weil du schon einmal aufgehangen wurdest. Stimmt. Da hast du mich ja gerade... Passt auf, der kommt gleich zu euch wahrscheinlich. Ja, ich hör ihn. Wie war's meine Taste? Ne, ne! Jetzt mach weiter lieber! Ihr habt's doch fast! Ne, jetzt kommt er! Ja, 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 ja! Aber wo? Ja, er hat ihn! Oder? Ne! Achtung! Der macht den Generator kaputt! Ne! Er hat den Typen umgehauen! Er hat den Typen, ja! Warte, lass ihn denn nehmen! Der wird sterben! Ja, ja, der nimmt ihn aber! Kann nicht helfen! Ja, er kann's nicht helfen! Dann musst du jetzt den Generator schnell machen! Ja, kannst du auch nicht helfen! Frei dich! Oh, scheiße! Mir tun so die Finger weh! Was machst du denn jetzt? Du kannst ihm nicht helfen! Ja, dann warte, vielleicht ist die Quammer... Die Falter ist vielleicht offen! Die Falter ist vielleicht offen! Ich bin gleich weg! Bereite dich doch auf... Ja, jetzt! Aber noch 874 durch Kämpfen bekommen! Aber... Ja, was? Aber hast du jetzt deine Reparaturzeit? Hast du jetzt deine Reparaturzeit? Hast du das erreicht? Ja, ich hoffe! Also ich habe ziemlich lange mit ihm noch umgeschraubt! Die Tür ist offen! Wo ist die? Achtung, Achtung, er ist in deiner Nähe! Bleib da! Boah ey, wieso sieht der denn... Er sieht ja nicht oder was? Ne, jetzt geht er wieder weg! Ich will zuschauen! Los! Ey! Die ist auf jeden Fall leise! Was ist das für ein Anwesen? Das weiß ich jetzt auch nicht! Ich habe es eben extra vorgelesen und habe es wieder vergessen! Warte, stopp! Ist das die Falter? Achtung! Oh! Aber ich glaube, das war das quasi... Ich sehe ihn, er rennt vorbei! Der rennt in eine andere Richtung! Direkt rechts von dir? Ja, habe ich gedacht, ob das die Falter ist. Aber die ist nicht offen! Also das kann keine Falter sein! Mal weiter... Oha, wo ist die scheiß Falltür? Ich muss die einmal finden! Ja, der hat... Der hat... Vorhin war er so nah dran einmal, das war abartig! Direkt daneben war... Wahrscheinlich bist du jetzt genau auf der falschen Seite! Ja, das ist ja der Mist, wenn du nicht... Keine Ahnung wie viele tausend Male im Spiel bist! Ich dachte mal, der ist auf dem Weg könnte das sein, irgendwo hier! Also wenn ich dich diesmal nicht finde, dann lerne ich die auswendig! Ja, aber wie willst du das machen? Bonn, immer wenn, nimm mal das! Mhm! Jein! Also... Ja, aber der... Nein! Der Killer weiß, wo die ist! Der Killer weiß, wo die ist! Achtung! Pass auf! Da! Da, da, da! Mann, wie... So hat er dich jetzt gesehen, ey! Ja, weil er jetzt durchsichtig ist! Ja, aber angeblich sieht er dich da nicht! Pass auf! Pass auf! Pass auf! Äh, der hat dich... Ne, ne, er hat eh dich gesehen! Achtung, Achtung! Nicht... Jetzt sieht er dich aber! Er sieht dich! Ja, hau ab, hau ab! Renn, renn! Da war nicht wieder ein Baum hängen gewesen! Ja, ich hab's nicht! Das ist der Mist mit dieser Perspektive immer! Das ist der Mist! Bring dich zu dem scheiß Ding! Ey, du hast immer einen einen Punkt bekommen für gewagt! Da... Waren sie da nicht? Nein! Fuck, Klappe! Wo war die? Aber das sieht man ja auch nicht mehr, das kann man nicht gucken, ne? Oah! Wieso hab ich jetzt nur ein DC-Mörder gehört? Ach, das ist gar nicht schiess... Ach, Mann, ey! Wie schön scheiße, dass die nicht gekennzeichnet ist wie die normalen Ausgänge! Sollte eigentlich auch sein, finde ich! Wenigst hab ich ein paar Blutpunkte gekriegt! Ja. Blutpunkte, Online-Überlebens-Rang, ja, keine Ahnung, was das überhaupt ist. Yes, gerade so Level 9.